hallo ja ich bin auch schon stück weiter jetzt aber euch fehlen jetzt dann halt 30 sekunden da müsst ihr mit leben könnt ihr dann mal mir gucken wieso was du auch den cut gesetzt also ja ich habe nur drei sekunden ich habe das geschätzt 33 erster näherung egal ich hoffe ich werde heute in hamburg ankommen und ich hab benzin ja ich auch ist eine tanke ja erstmal wieder tanken gehen provisorisch sicher ist sicher ich bin jetzt bei 90 und ich glaube ich habe sogar ausnahmsweise mal den geforderten sicherheitsabstand drauf echt das gucke ich immer nach ich tue mal 87 meter locker bei 90 reicht das ja 50 meter sind vorgeschrieben richtig siehst du sag ich doch locker oder wie meine fahrlehrerin damals gesagt hat vergisst den halbe tacho regel weil das kann man eh nie messen such dir ein objekt und guck dass du zwei sekunden später da bist also zwei sekunden abstand das kann man viel besser abschätzen das habe ich damals auch so gelernt das glaube ich auch das was man neuerdings so gesagt bekommt anstatt halber tacho das war früher so das ist auch so ein bisschen einfach zielsicherer gerade auf der autobahn geht das gut hier stehen genug sachen rum oder man nimmt sich einen schatten zum beispiel zum beispiel zum beispiel ich wollte jetzt gerade zum bleistift sagen hab's mir aber währenddessen noch anders überlegt das resultiert ja dann in diesem komischen mischmasch mit sowas als abitur ja das studiert sogar so ich habe noch eine stunde 20 oder 80 kilometer bis hamburg das klingt doch gut finde ich auch so ansonsten hier ist jetzt nicht mehr so viel los in kassel war gerade glaube ich trucker treffen weiß man nicht kassel ist aber auch natürlich eine großstadt kann man schon mal mit ein paar mehr kws rechnen ja das stimmt nicht währenddessen hamburg ist ja nur so ein kleiner schleichhafen da ist auch klar dass nicht so viel verkehr gerade die a7 ist bekannt dafür dass da immer frei ist richtig dafür ist bei mir sonnenschein also ich glaube inzwischen habe ich den algorithmus verstanden es ist immer so drei vier tage sonne dann drei vier tage regen ja mal schauen ob es auch monate vielleicht sind es auch monate ja man weiß es nicht so ganz ich habe mich mittlerweile auf jeden fall an den regen gewöhnt ne hatte ich auch und dann war auf einmal weg jo den habe ich jetzt bekommen so müssen wir hier runter das hat das schild hamburg bremen osnabrück ja wir müssen auf die a1 wechseln da das irgendwie ein stückchen kürzer ist wo laut navi wechseln wir erst auf die a1 und dann weiter was ich immer noch sehr schade finde dass es in der offiziellen skandinavien fehmarn nicht gibt und die a1 dann über fehmarn die fähre Richtung dänemark weitergeht das gab es ja in der pro mod pro mod ja erweiterung skandinavien das ist schade aber die habe ich irgendwie nie gespielt vielleicht was tust du da ja aber warum so viel da weil ich sonst ausgebrochen wäre warum das weiß ich nicht äh vielleicht kommt das ja irgendwann noch in der erweiterung dass wir mal wieder reingenommen wird das finde ich eine schöne Sache das ist ja bei scs durchaus nicht unwahrscheinlich auch wenn das spiel ja schon dezente jahre auf dem buckel hat aber da wird ja immer noch dran rumgewerkt wird ja jetzt vor kurzem kam viva la france und der heavy cargo viva la france viva la france ist mir doch egal ich spreche ja kein französisch ja aber viva la france ist äh viva la franke gar keine sprache das kann man ja so auch nicht sagen wieso bremst du denn schon wieder soo ich kann nicht mit 90 hier abfahren dann fällt mir der anhänger um doch das ist auch gut nein bei mir ist der anhänger sehr instabil gerade das habe ich jetzt zehnmal gesagt ich zähle das nach ich hab das auf Video bei mir ist der Anhänger sehr instabil bei mir ist der Auflieger sehr instabil ja 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 komm sag's noch siebenmal dann kommen die zehnmal auch hin ich weiß mir vorwerfen dass ich es vorher noch nie gesagt habe ja einmal habe ich es mitbekommen deswegen hatte ich jetzt sieben plus zwei plus eins gleich zehn gedacht naja nutz mal die Zeit für einen erquickenden Schluck kühlnasses und prüß dir fahr du hast mir gar nichts zu sagen du hast eine zweite Spur überhole mich wenn es dir zu langsam geht so läuft der Hase so läuft der Hase jetzt mal sagen warum jetzt gerade mein Motor ausmacht weil du ihn ausgemacht hast vielleicht hast du diese neue Start Stop Automatik die den Motor nur aus aber nicht wieder anmacht ach so ja das kann es mir auch sein muss ich mal meinen Mechaniker fragen so 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 ich war hier schon mal keine Errungenschaft ne ich meinte jetzt auch tatsächlich in echt äh ja ok aber hier hat sie durchaus auch was also ich finde in diesem Spiel wurde ja generell sehr schön mit Backdrops gearbeitet in diesem Spiel war ich auch schon bei Hamburg in echt noch nicht ha gelb gelb das ist noch blöd das wird jetzt gelb ok aber warum bricht der heute so schnell aus ich weiß es nicht ich stehe schon wieder hm ich merke das gerade dezent ich übe heute Gefahrenbremsung wieso bist du über Rot gefahren? und ich bin über Gelb gefahren nein bist du nicht und dann hat irgend so ein Typ wie da die Kreuzung gemacht du bist nicht über Gelb gefahren ich bin aber auch nicht über Rot gefahren sonst hätte ich ja eine 360 Euro Schlafen bekommen erstens 350 zweitens nicht immer oder sind es doch 260 weil du vielleicht Glück gehabt ja weil ich bin ja schon bei Gelb gefahren und du warst doch hinter mir ja die Ampel war halt lange in Gelb achso ja ergibt das Sinn? nein aber egal hätt's erwarten können dann hätt ich einparken können ohne dass du zuguckst du hast nämlich immer so komische Stunts wenn du mir zugucken willst beim Einparken aaaas ich doch nicht oh was nehmen wir null EP überspringen nein wir versuchen uns natürlich dran und machen den Mathias indem wir uns jetzt an die solange du jetzt keine solange du jetzt keine 5 mal zum Einparken brauchst wir richten uns jetzt an dieser 30 Grad schrägen aus weil wir dumm sind Tobi wenn's doch funktioniert ne warum soll ich's dann nicht machen Alter wie schlecht dann kannst du mal bitte aufhören und mich erstmal zu Ende ausrichten lassen bevor du dich irgendwie ausrichtest danke das irritiert so ein bisschen wenn da noch einer einparkt der gar nicht einparken muss ich park ja gar nicht ein ich hab nur so gedreht dass ich dir zugucken kann und gleichzeitig zur Einfahrt gerichtet stehe das geht deine Zuschauer gar nichts an die sollen bei mir gucken wenn das wissen wollen na ok dann guck ich jetzt hier in den Außenspiegel und hör dir dann piepen dazu ich bin schon drin im ersten Versuch das muss man mal festhalten ne muss ich nicht das sollen sie ja bei dir gucken das ist nicht professionell was du tust erstmal speichern das ist generell nie professionell was ich tue das ist auch gar nicht auf Professionalität ausgelegt erstmal speichern so fahren ich muss jetzt mal nach dem Auftrag gucken du hattest gesagt du bist Richtung Örebrö weil du den Namen so witzig fandest oder weil das so viel Geld gab so eine Mischung aus beiden und ich wollte mal Bohrsäure transportieren weil irgendwo für müssen die ADR-Scheine ja auch sein Örebrö ist natürlich wie wir alle wissen Svenska hier ich hab jetzt einen Auftrag von hier in der Wachshür das ist nicht ganz so weit aber ja nimm den dann kommst du ja auch vorbei richtig sie saggen ist jetzt mal komm ich jetzt hier in den LKW in den Auflieger wenn du jetzt nicht den gleichen wie du mitnimmst ne den daneben wie du jetzt siehst ist glaub ich nicht der gleiche ne das ist richtig so T ok dann gucken wir nochmal kurz auf die Map A7 A1 nach Rostock ok hm ja nach Rostock und dann auf die Fähre nach Tränebrock wo musstest du hin? nach Wachshür? hinter Malmüll ja dann setz ich mir das mal um wo sollst du denn lang fahren? über Dänemark über Dänemark ja mach ich ja auch also über Rostock dann mit der Fähre nach äh Träneborg und dann weiter ja über Helsingborg über Helsingborg Wachshür ja alles so und Wachshür wo? doch stell nicht so schwierige Fragen Norfood die brauchen Klebebein dringend na gut im Dunkeln der Tastatur die Funktionstasten finden das ist auch immer so ne ja im Dunkeln ist gut nun mhm kannst du mal aufhören Sprüche bei Manfred zu klauen danke die Tonnen transportiere ich denn nur 17 diesmal und schon geht's deutlich besser was zwei Tonnen alles ausmachen die Sprüche haben jetzt nicht Manfred erfunden also das ist ein Irrglaube mhm ich bremse weil rot ist Vorsicht ja danke dass du es erwähnst das hat jetzt wirklich geholfen das war jetzt ausnahmsweise auch nicht ironisch warum beschleunigt der jetzt dreimal so gut obwohl das zwei Tonnen weniger nur sind das ist das das ist durchaus ne berechtigte Frage ja das ist ja gut da hinten oh hier die Pfeile sind auch aufgemalt als ob irgendwie die Straße gerade an käme ja ja ich könnte jetzt aber sagen wer das gebaut hat ja ja fängt mit F an na dann was machst du da darauf warten dass du auch mal beschleunigst ich steh voll im Gas wenn dich das stört fahr doch vor ne 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 ja was da du tendenziell der bist der mehr Scheiße baut solltest du vorfahren ich bin nicht der der tendenziell mehr Scheiße baut Statistiken besagen was anderes ja aber mir passiert einfach tendenziell mehr Scheiße das ist ein großer Unterschied ja dann fahr doch vor dann bin ich davon nicht so oft betroffen na das werde ich zu verhindern wissen vorfahren ne dass du davon nicht betroffen bist fahr bitte vor ich bin gerade vorgefahren du bist dran ne 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 doch bin die ganzen anderen Folgen vorgefahren ne noch so was aufzuholen du kannst mir nicht sagen dass du die Folgen vorgefahren bist in denen ich nicht dabei war doch 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 dann lass mich auch bitte vorbei ja fahr schneller ja lass uns doch erstmal aus der Stadt raus sein danach geht das auch wieder okay klar ich fahr schon vor ist okay na gut wenn du nicht vorbeifahren willst ich fahr schon vor Challenge accepted ja du wolltest ja nicht vorbei jetzt zu spät ich konnt ja nicht vorbei du Deppel ich musste Gas geben ach ja war doch nicht in der Stadt wo du runter geregelt wirst stell es aus nennt sich Singleplayer es gibt Server die nicht auf Geschwindigkeitsbegrenzung achten mhm war ganz schön da gerade ne ne alles unter Kontrolle weißt du statt dass du einfach mal damit rechnest dass ich bremse und schon ein bisschen vorher verzögerst ne ja ich bremste halt immer gefahrungsgemäß anders als du ich weiß auch nicht woher das kommt das trotzdem kannst du damit rechnen dass ich vor dir bin ich glaube wir sind schon bei 23 Minuten das stimmt jetzt nicht ganz bei mir sind 16 bei mir auch aber das wieder in komischen Zahlen wir können jetzt mal hier wechseln wenn wir jetzt hier um die Kurve sind ich würde sagen danach geht es zwar einigermaßen kurvig weiter aber das sollte für das drücken zweier tasten reichen ja ähm dann bedanke ich mich herzlich beziehungsweise wir bedanken uns herzlich für das Video ja genau ich mich auch aber wir müssen jetzt schon wieder wechseln ja dann wechseln wir jetzt nochmal eben kurz zurück hahaha das heißt zurück ne ja zurück auf die A1 verarscht haha so die Folge geht doch noch weiter jetzt sind das das Play in die Länge ja ich finde ja kaltest du dann sowieso wieder weil die 25 Minuten so lang sind richtig richtig genau so und dann vielen Dank fürs zuschauen wir hoffen ihr hattet ein bisschen Spaß und wir sehen uns in der nächsten Folge in diesem Sinne tschüss Tschüss